Hektische Betriebsamkeit bei Motorradmeister Milz in Pirna. Der Versandhändler hat 17.000 Oldtimer-Ersatzteile für Motorräder im Sortiment, liefert in 160 Länder. Begonnen hatte der aus Mecklenburg stammende Gründer mit Auspuffteilen auf Flohmärkten. Weil der Chef derzeit das Bett hütet, beschreibt sein Vertreter den aktuellen Oldtimer-Boom. Es gibt Initiativen, um Motorräder aus Scheunen rauszuholen und wieder aufzubauen. Und Gruppen von Schraubern, die einfach wirklich sich zusammentun und sagen, wir wollen was tun, wir wollen gemeinsam etwas zelebrieren, etwas Schönes zelebrieren. Tobias Henke aus Lohmen ist ein echter Oldtimer-Fan. Er hat in Pirna-Fabrik neue Ersatzteile bestellt, denn gebrauchte Teile gibt es so gut wie gar nicht. Die MZ von 1960 ist ein Scheunenfund und wird viele Stunden seiner Freizeit und 5.000 bis 6.000 Euro für Ersatzteile kosten. Die Leute drehen sich mehr um als auf einen neuen Sportwagen oder ein neueres Motorrad. Man hat Zeit durch die Landschaft zu fahren, man genießt jede Kurve, man kann sonntags Eis essen fahren. Es ist definitiv ein Hinguck an jeder Eisdiele. Beim Versandhändler in Pirna stehen zahlreiche Oldtimer und dienen als Kopiervorlage, denn es gibt kaum noch Unterlagen über die Einzelteile der Oldies. Die Originalteile werden hier zum Teil mit Laserscannern abgegriffen und danach produziert. Da bedarf sehr viel Nachforschung, denn wir wollen natürlich dem Kunden ein gutes Produkt geben. Gerne arbeiten wir auch hier in dem Fall mit Literatur, mit Partnern zusammen, mit anderen Werkstätten. Denen geben wir teilweise auch die Teile, lassen sie testen. Die Ersatzteile kommen mittlerweile kaum noch aus China, sondern meist aus Deutschland oder Osteuropa. Das sichere Qualität und Liefertempo. In den Showroom der Firma haben es auch schon die Simson Mokiks geschafft. Auch sie sind Oldtimer. Und der Star unter ihnen ist dieses Modell, der Star, der aktuell schon Kultstatus haben soll.